Zunächst mal Glückwunsch an Thomas Bach. Er war zwar Favorit, aber es ist ja immer spannend eine Wahl. Ich freue mich, dass er sich gleich im zweiten Wahlgang souverän durchgesetzt hat. Es ist ein historischer Moment auch für uns, weil es das erste Mal ist, dass ein Deutscher auf diesem wichtigsten Posten des Weltsports, so kann man es glaube ich sagen, sitzen wird. Also ich glaube, dass Thomas Bach als einer, der viele Jahre ja schon als Vizepräsident in dieser Organisation Erfahrungen gesammelt hat, als einer, der als Spitzensportler alle Höhen und Tiefen, die man als Athlet auch durchmacht, erlebt hat, er ist der Richtige für dieses Amt. Ja, ich glaube, dass es gut ist für den deutschen Sport, wenn ein so hohes Amt von einem Deutschen begleitet wird. Es gibt doch auch die Möglichkeit damit, die deutschen Ideale, Sportideale zu transportieren, auch auf diese Ebene des internationalen Weltsportes. Wir gehen davon aus, dass das, was wir im Mai bei der Konferenz der Sportminister in Berlin beschlossen haben, nämlich dass insbesondere auch in der Zukunft es möglich sein muss, dass alle Länder, auch kleinere Länder in der Lage sein müssen, olympische Spiele durchzuführen, dass das ein Anliegen ist, das auch Thomas Bach als sein Anliegen hat. Ich wünsche ihm jetzt alles Gute für die Aufgaben, die vor ihm stehen. Es wird insbesondere natürlich darum gehen, auch die Ideale der, oder den olympischen Geist zum Durchbruch zu verhelfen, auch in der Zukunft. Insbesondere die Gigantomanie einzudämmen, die da stellenweise feststellbar ist. Musik 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 Vielen Dank.